Im Münsterland sollen fünf Impfzentren gegen das Coronavirus eingerichtet werden. Für die Stadt Münster wird aufgrund seiner guten Verkehrsanbindung die Halle Münsterland als potenzieller Standort für ein Impfzentrum vorgesehen. Außerdem sollen noch der Flughafen Münster aus Nebrück sowie vier weitere Standorte zu einem Impfzentrum werden. Wann mit den Impfungen begonnen werden kann, ist noch unklar. Bundesgesundheitsminister Spahn rechnet aber spätestens im Januar mit ersten Impfungen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017